so da sind wir direkt wieder ja gabriel night 1 also da freue ich mich ja schon richtig lange drauf ich habe den ersten teil damals ja selbst gespielt ich weiß nicht warum die anderen teile an mir vorbeigegangen sind und das ist schon so lange her ich weiß nicht mehr wirklich viel darüber ich weiß nur noch so im groben um es geht also lass uns aber direkt rein springen würde ich sagen dann brauche ich ja nicht spielen ich träumte in der nacht die stade voller blut sah augensündigen blicks der see war weich und tief und schwarz ein duft wie ihre haut also eins vorweg dieses spiel das lebt hat viel von dialogen es geht wirklich darum dialoge zu viel viel text viel input um weiterzukommen und der typ mit seiner rauchigen stimme ist echt gut nein ich bin sicher das ist es vielleicht sollte ich ein horror novel über passiv resistanz Das ist dein Körper. Insofern, dein Handheld-Tape-Rekorder kam heute. Really? Great! Ich kann nicht warten, zu sehen, welche Menschenrechte du mit dieser. Ich kann nicht warten, um sie zu verhindern. Zum Beispiel, wenn du mir einfach... Und ich habe ein paar Voodoo-Refenzen für dich. Dixieland Drugstore und den Historischen Museum von Voodoo. Beide sind hier in der franzlichen Karte. Wie würde ich überhaupt ohne dich erreichen? Du? Gib mir einen Rekord. Der Dävel selbst kann dich nicht ändern. Wenn der Dävel große Leger hatte, vielleicht... wie du. Das ist ein schwerer Nöter. Das ist ein richtiger schwerer Nöter. Wenn du mehr Forschung brauchst, dann fragst du. Es ist nicht, als ob wir mit Kunden verabschieden. So! Ja! Das ist quasi das alte Sierra Menü halt, ne? St. George books could use some serious renovation. But Gabriel liked to think that the place has character. St. George... Mal mit der linken Taste, ändert man halt die Sachen. So! Das Problem ist, das Spiel zeigt einem halt gar nichts. Hier könnte irgendwas sein. Und wenn man nicht weiß, dass es da ist und man es nicht anklickt, findet man es halt nicht. Das highlightet halt hier einfach nichts. Ne? Aber... Ich denke mal hier, das ist die Lupe. Das ist so. Das war ja... Ich dachte, das ist so. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Es ist so. Ich bin 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 so. Immer wenn dieses Geräusch kommt, das ist wie bei den alten Sierra Spielen. Ne? Das ist halt diese Punktewertung, ne? Man hat halt hier Punkte 1 von 300. dann hat man hier die einzelnen regler was war noch genau das war das inventar das der recorder da kann man sich die ganzen notizen immer wieder anhören die man halt findet und macht ja hier ist einfach nur noch mal das menü da kann man zeit direkt anklicken wenn man nicht durchklicken möchte speicher jetzt einmal ab und wie war denn noch mal speichern das ist speichern so test ich will mal schauen ok das hilfe symbol gibt mir nur hilfe über die symbole also sehr sehr dürftig gut denn das war glaube ich die zette ne ja das sieht man man sieht ja dass das der pz ist so dann reden wir jetzt erst mal mit ihr was waren noch mal genau fragezeichen war das reden die sieht eigentlich total hübsch aus ne also ja was kann ich sagen ich wusste nicht mehr nichts über das bis du es studiert für die buch jetzt weiß ich dass es aktiv ist in der stadt es gibt einen kauf und ein museum es kann sicherlich gefährlich sein in der falschen handen du solltest es sich vorsichtig unterscheiden Wenn man Eve jetzt eine andere Haarfarbe, so eine Auberginenfarbe Haarfarbe geben würde mit der Brille. So, ich glaube, die roten Sachen, die gingen noch nicht. Okay. Okay, schade. Sie hat quasi gerade angefangen. Wie alt bist du? Das fragt man doch nicht. Geht da noch was? So, einmal noch. Ja, das habe ich schon rausgesehen. Das habe ich schon gesehen, dass sie so einen leichten asiatischen Touch hat. So. Nachrichten? Okidoki. Weitere Nachrichten? Uh oh. Ah, das war auch gut. Wolfgang Ritter aus Deutschland. Immer diese Deutschen. Noch Nachrichten? Also wie gesagt, da geht einiges über Dialoge. Man muss echt lange schwatschen. Und viel Story, viel Story. Also müssen wir aufs Polizeiresivier. Ich muss mal schon mal einen neuen Zettel anfangen, sonst wird das hier wieder nichts. Alter, wenn ihr meine Zettel sehen könntet mit den ganzen Notizen von den Spielen. Holy shit. Oh, er ist echt schlimm, ne? So, noch Nachrichten? Weitere Nachrichten? Okay, das waren jetzt alle Nachrichten. Sehr gut. Nachforschung? Okay, kann ich noch nichts zu sagen. Sehr gut. Gut, dann haben wir jetzt erstmal alle Dialoge durch. Und wir haben schon 6 von 342 Punkten. Gehen wir doch erstmal in unser Zimmer rein. Gabriel, der Narrator ist echt, die Stimme ist echt gewöhnungsbedürftig. Ah, stimmt, genau. Genau. Oh, er ist echt gewöhnungsbedürftig. Ah, stimmt, das war die Taschenlampe, ne? Okay. Okay. The curtain door leads to. The typewriter is beginning to accumulate cobwebs. Should I feel guilty? Nah. Nah. Gabriel's bedroom is also his office, studio, and library. A poster on the wall advertises Mardi Gras. The biggest party of the year in New Orleans. Mardi Gras, gibt's das wirklich? Mardi Gras Mementos left by some female or order. Gehen wir hier erstmal raus. Hier war nichts. Ach, die Zeitung. Können wir das mit der Zeitung machen? Okay, Unterweltmitglieder. Er ist Wassermann. Okay, das war auch gut. Kaffee? Kann man Kaffee ziehen? Ja, erstmal Käffchen. Ohne Käffchen geht doch hier nichts, wa? Kann man noch ein Buch nehmen? Deutsch, Englisch? Ja, das ist wichtig. Geht das öfters? Oh, cool. Da gibt's einfach so random Phrasen. Himmel? 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 Er hat all diese Bücher in der Büchern gehabt und hat keine Lust, um sie wieder zu lesen zu lesen. Gabriel kann man überhaupt nicht hinweg sehen, was mir um das zu holen können. Gabriel will nicht arbeiten. Die T楼 ist viel hart, um zu bemo Indigo. Da kann man da jetzt die Schuppe... Das sieht aus wie ein Safe. Die Kasse? Oh, das geht. Was ist das denn? Ein Geschenkgutstein? Und jetzt? Was ist das? Ah, okay. Kann man den Mantel nehmen? Ja, die gehen wir mal raus, wa? Ah, ich mag die Musik von dem Spiel, ne? So, wo fahren wir denn jetzt hin? Das ist die Buchhandlung, das Voodoo Museum. Polizeiwache, Napoleon House, Dixieland Drugstore. Aus von Gabriels Großmutter. Gehen wir doch erst mal zu unseren Großeltern hin. Hm? Gabriel, ich bin so glücklich, dass du hier bist. Oh, das Spiel ist echt gut, ne? Hm? Hm? Ja, ich bin so glücklich. Ja, ich bin so glücklich. 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 Die Morde? Wollen wir sie damit belästigen? Wir müssen mal schauen. Dann reden wir erst mal über schönere Sachen. Ich? Oh, ho, ho, ho. Sicherlich, du hast nichts mehr interessantes zu sprechen. Oh, komm, Gran. Oh, richtig, lieb. Was willst du hören? Was machst du all day? Oh. Oh. Ja, was halt so Rentner halt so machen, ne? Oh, ho, ho, ho. Don't be foolish. I'm older than the hills. Tell me about before you met Granddaddy. Well, you know I was born Rebecca Wright. My daddy owned a lot of land outside of town. We grew peas, cone, cotton, all kinds of things. It was a good childhood. Oh. My father was very strict. He didn't much let me out of his sight. And how did you know you? How did you meet Granddaddy? I met Harrison at a church revival. There was a traveling preacher back then. A big fella named Reverend Jim. I even remember his slogan, Come to me to find your way. Your Granddad was sitting right behind me and my girlfriend Alma. And at one point old Reverend Jim was flinging his hair around with his fire and brimstone annex. And a piece of it, one of those small add-on-dos for men, went flying off. I swear, Harrison and I were the only ones who noticed. Okay, that's crazy. Everyone looked at us like we were a couple of loonies. It was then I knew that he was for me. How are you feeling these days? Fit as a fiddle, and don't you worry your head about it. Just tell me anything at all. I had your father when I was 22. The doctors told me I couldn't have any more after him, so I'm afraid I spoiled him rotten. Okay. A million nights. Who would you like to hear about? Your Granddad, your father, or your mother? Hmm. Tell me something about Granddad. Your Granddad immigrated to America when he was 21. He worked his way through school, met and married me, and we had your father Philip. Tell me something about Granddad. Your Granddad supported me and your father with bookkeeping. Okay. Okay. I'll tell you what though. He hated every minute of it. Didn't really like bookkeeping one bit. Maybe that was why he had the worst look with jobs. The night he'd come home afraid to tell me he'd lost another. And I would tell him. It didn't matter to me. But he felt ashamed, Gabriel. Tell me about... What more do you... Okay, the dialogue is through. Tell me something about... Harrison was only 36 when he died. Your father was eight years old at the time. Your Granddad was hit by a streetcar in the business district. Took me nearly a year to believe he was really gone. I'm sorry, Gran. I know you are, dear. Tell me something about Granddad. Did you know that your Granddad was a poet? He was! He wrote the most beautiful poetry for me when we were courting. I always thought he should have done something with that gift. But he was such a practical man. Didn't believe in chasing after dreams. Okay. Your father was my only child. How we adored him. Philip suffered from terrible nightmares. Just like your Granddad did. They were two peas in a pod. Yeah, we have such a dream. Tell me about my father. When Philip met your mother, it was love at first sight. They were married two weeks later. Never looked at a girl seriously until then. And he looked at plenty. You have your father's way with women, Gabriel. And your Granddad's. Tell me about my mother. Your mother was Margaret Templeton when your father met her. She came from a very wealthy Creole family in New Orleans. She was beautiful and reckless. She was madly in love with your father, of course. But I also think she liked defying her family. Since you're so interested in the history these days, why don't you go by St. Louis Cemetery No. 1 and visit the family tomb? It would be a sweet gesture. Maybe I will. Family. Grab. Suchen. Tell me about my mother. Your mother's family refused to give her money after the marriage. All she had left was a modest trust fund from her great aunt, who happened to like Phillip. The remainder of your mother's trust fund became yours when she died. That's what you used to open your bookshop. Tell me something. I don't know what else to tell you. Tell me about. I wanted to just lay down and die when he and your mother were killed in that car crash when you were only eight. It was the thought of taking care of you. It kept me going, Gabriel. The police say your father swerved off the road after being frightened by something. Perhaps a deer in the road or a wild cat. Tell me something. I don't know what else to tell you. How could you just wish? Your mother and dad wanted Phillip to have a normal life. He was obsessed by that thought. He pushed Phillip to go to law school. Phillip was driven to art. He painted almost in a daze. He would get so inside himself when he worked. Cheeeeee? He always hated it that it was Margaret's money that supported the three of you when his painting couldn't. I kept telling him. Try something more cheerful. Like a landscape or two. But he couldn't do it. His work was just too dark and disturbing for the public, you know. Then we'll make a compliment. Pretty much every time I see you. Oh, you. Have you begged any of your incredible molasses pies lately? No dear. But you let me know when you want something. And I whip up half a dozen. Good. Then we have now, I think, all the dialogues through. I hope. Can we take something here? Still Gran is knitting? How long can you get? What? It's okay! I'm sorry, I bothered you at work, but I was hoping you get a chance, to go through your father's things in the attic. Don't be silly. You can call me anytime. Okay, ein Dachboden. Müssen wir hier hochgehen, wa? Was ist das denn? Was ist das? Ein Skizzenbuch? Was ist das denn? Probably of German origin. Ist von den Schrauben des Schrauben des Urtics. Es scheint nicht zu sein, am Moment zu laufen. Ich denke, ich werde das hier liegen. Und er... Oh, ist das jetzt Rätsel? Ah, ich muss die Uhr wegmachen? Wie kann ich denn die Uhr auf der Seite kriegen? Hmmmm Muss ich jetzt erstmal die Uhr? Gibt es einen Hinweis für? Gibt es einen Hinweis für einen Hinweis. Was war das denn jetzt? Schloss Ritter Schattenjäger Schattenjäger Okay Gibt es hier noch was? Das Skizzenbuch wollten wir uns hier noch anschauen. Lovat Schattenjäger Kann man hier umblättern? Ne Ich will wissen was in der Schupple in der Kiste drin ist aber ich krieg die Kackuhr nicht weg Ich will wissen was in der Schupple in der Kiste drin ist Es sieht gut aus Es sieht gut aus Gabriel ist nicht ganz gut zu re-arrangem den Artikel Wie krieg ich die Kackuhr darunter? Gibt es hier noch irgendwas? Lass es nehmen Ist hier noch was zu sehen? A skylight let's welcome sunlight into the attic A skylight lets welcome sunlight into the attic Oh Oh Hasn't you picked set? Okay Hmm Na gut, dann kriegen wir es da nicht runter. Dann gehen wir mal runter. Reden wir nochmal mit der Mutter. Äh, Großmutter. Äh, das ist es. Lass uns das auf, Junge. Können wir sprechen, Gran? Natürlich, mein Junge. Wie kann ich helfen? Äh. Do you know anyone named Heinz Ritter? Heinz Ritter? Oh, Gabriel. Where did you hear that name? I found a letter in Grandaddies' clock. I promised I'd never tell you or your father. But I suppose it doesn't matter now. Tell me, Gran. Your Grandadads name was Heinz Ritter before he came to America. He changed it to have some money when he arrived. Das ist interessant. I don't know. I tried to ask him about his family, his life before America. But he didn't want to talk about it. He never even told me about his name change. I found out one day when I saw his passport in a drawer. Since he obviously found it painful, I never questioned him about it. But I'm sure there wasn't trouble with the law. Your Grandad was the best man I ever knew. Not done. Didn't Grandad ever say anything about his past or his family? Only that his family was crazy. And that he never wanted to see them again. He believed in some family curse. Thought that he could spare Philip and Philip's children from what he called old nightmares. Whatever Harrison wanted to spare you, though, it cost him plenty. He never did sleep well. And he would often get a faraway guilty look in his eyes. He was wrestling with something he thought he should be doing. Someplace he thought he ought to be. I don't know how he could think that he should be anywhere but with me and our child. It's a terrible way to live. Das ist krass. Gut. Dann denke ich mal, haben wir hier alles? Ah ne, Schattenjäger. 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 Oh, Gabriel. I haven't heard that word in years. My goodness, you've given me a chill. Your Grandad used to say that. Sometimes in his sleep. Aha. Do you know what it means? No, I'm afraid not. I asked him about it once. I don't think he answered me. Odd. Hmm. Thanks, Graham. Gut. Dann haben wir jetzt hier alle Dialoge durch. Dann denke ich mal, sollten wir mal zur Polizeistation gehen. Ah, okay. Okay. All right, dear. Hmm. Franzosen-Viertel. Wo ist denn hier die Polizei? Polizei, Police Department. Es ist irgendwie immer awkward, zur Polizei zu gehen, auch wenn man nichts gemacht hat. Ist ja... Okay. Dann reden wir doch mal mit dem guten Wachmeister. Fangen wir mal oben an. Du bist ja ein richtig netter Typ. Er ist an einem Tatort... Okay, wo ist er denn? Oh man! Er ist ein neuer Voodoo-Motor. Hey, ich habe das nicht gesagt. Du liest alles über das in den Papers morgen, ich bin sicher. Ich war supposed to pick up some photos from Detective Mosley at the front desk. Is that right? And who are you? My name is Knight. Gabriel Knight. Yeah. Ja, dann haben wir doch mal das Gespräch gleich beendet. Dann schauen wir uns doch mal die Briefe, äh die Fotos an. Das kenne ich. Meinen Namen schreiben sie auch immer falsch. Ei! Ist das die Niere oder ist das die Leber, die da fehlt? Das müsste doch irgendwie Richtung Niere oder Leber sein, wa? Und das ist das denn? Einmal hat er ja noch Haare. Dann reden wir doch mal nochmal mit dem. Er hat richtig Bock, ne? Er hat richtig Bock. Das wollte ich doch nicht. Ach man, jetzt habe ich... Aaaaaaah. Da. Ja. 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 Ich schreibe Menschen Namen in sie, siehst du? Menschen, die mich interessieren. Willst du mir deinen Namen in dieses Buch? Natürlich. Was? Ich denke nicht. Das ist das, was ich dachte. Sag mir über dich selbst. Ich liebe Menschen, die stupide Fragen stellen. Ja. Dann kommen wir hier erstmal nicht weiter. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu dem Friedhof, was unsere Großmutter gesagt hatte. Ja. Ja. Ich bin hier falsch. Also das ist der Beichtstuhl. Aber ich gebe erst mal die Beichtstuhl in den Bar. Gehen wir hier mal raus. War doch eben irgendwo Ausgang. Jackson Square. Ach, da ist der Friedhof. Au, was ist das denn da? Schauen wir uns das doch mal an. Hm? The marks are reddish in color and reminds Gabriel of Crosses. They look like they've been here a few days at least. The marks are red. The wall. The wall. The tomb. Using that. Wartet mal. Kann ich die aufschreiben? Alles klar. Alles klar. Kann man da ist den Stein da mitnehmen? Kann ich den mitnehmen? Ah. Sehr gut. Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? A stone angel stands silently before a tomb. A marble snake. Now that's cheerful. An angel with a cross stands guard over one of the tombs. Okay. Ah, hier ist das Grab der Sprites. Reden wir mal mit dem Typen. Hm? I'm sorry about these. Yeah? What can I do for you? Mind if I pick your brain a minute? Go ahead. These folks ain't in no hurry. Uhhhhhh. Tell me something about St. Louis Cemetery number one. It's a historical place. People buried in here from the civil war. Oh. 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 Ok Ok Das ist das Familiengrab, ne? Lade to rest here Vices seem to be a grinning grotescary tops This family tomb bare in the description Rest in peace And the name Fuller Mill Ok Here we can't go further Or we can 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 go further An angel draped dramatically over a stone plinth Marks the entrance to a large tomb There's a small marble plate near the tomb doors What's on there? What's on there? The plate is locked in position There's a keyhole on the plate But Gabriel can't operate that without a key Ah ok There's a keyhole for To the east there is only the back wall of the cemetery Okay Then we go back Then we go back In the church In the church There were we just There's a keyhole for There's a keyhole for There's a keyhole for The church In the church In the church In the church In the church Oh, we really need to wait George Bookhandlung Voodoo Museum Let's go to the cathedral Oh, what have we there? In confessionals are a subtle Old-fashioned presence On the left of the nave What's this, Justin? There's an inconspicu... The dead Oh Ah, here's the small room of the emperor Can we take something with you? I thought I was... You've already got me, you lucky devil Not to Gabriel Gabriel The crucifix mine come in handy Is there anything else in there? I see... There's nothing there What's that? Nothing on that... What's that? Well, you never know When a priest calls... A Kragen Ach, that's the Kragen The priests always have Or This is the... Nothing on that shelf... One... This... Nothing on that shelf... One... Is there anything else Is there anything else What's useful? The class in other words... Hanson... The small nook must be used as a ready room for the parish priest It's small Geht's here what's going on... Gabriel can not do anything with a chancel Gabriel kann... This is heiliger Boden Geht hier noch weiter? Okay, wo sind wir jetzt? Es scheint wieder dieser Jack... Ach, das ist der Park! Der läuft ja von der alten Frau hinterher... Er hat ja nicht so einen guten Arbeitstag, wa? Well, I never leave me alone, you, you, you man! Wir müssen hier schnell raus, bevor wir nie wieder wegkommen, diesen Pantomimen-Typ... Er kann dann noch langsamer gehen, alter! Und das sind auch Musiker... Auch Musiker... Oh, ein Polizist... Hä? Jetzt hab ich den Dialog wegge... Was hat er denn in dem Mikro gesprochen? Die Krankenwagen zum... Oh, könnte das der aktuelle Mord sein? Sprechen wir mal mit dem Typen... Vielleicht kriegen wir während wir mit dem Sprechen ja was mit... Shit! Could I ask you a few questions? Not now, buddy. I'm busy. I should have noticed that. Thanks. Yeah. Right. Huh. Hmm. Anyone seen Jill? Hmm. Hmm. ich weiß glaube ich über den da hinweg gegen den typen den polizisten ich habe so du kleiner pantomime typ ich brauche ich einmal es klappt immer schön hinterher laufenden jahre jetzt gehen wir zum polizeiofficer hey cut that out oh so gehen wir jetzt mal ganz kurz hier hin jetzt bin ich gespannt lake retreat country club lakeside drive north of piedmont pierre south of the country club man i don't know if it's the clouds out here today or what good thing this guy's already dead everyone's having trouble must have been hallucinogens in the coffee this morning it's just so misty out here or something uh hey i see a squad car got it molly thank god have a good one nine one interesting stupid maam hey you sorry ich habe nichts gemacht so jetzt haben wir den tatort das wird was das wird nicht ach v hier and walks over to avoid, adding to the general confusion. Hi. Das geht ja jetzt mit mal schnell. Ja, ja, genau. So, jetzt bin ich mal gespannt. Es ist eine andere, wie Sie sehen. Die gleiche M.O. und keine falschen Beispiele. Wir warten noch an I.D. für den Körper. Das ist schrecklich. Ist das eher eine, äh, öffentliche Bereich, für dieses Kindes? Ja, sie sind scheiße, diese Leute. Lakeshore Drive ist nicht genau der Tan Expressway, aber es ist offen für den Publikum. Keine Informationen und nichts. Jetzt, wer ist das? Hi. Hm, hallo. Miss Geddy, das war doch das, äh, der Name auf dieser, äh, Familiengruppe mit dem Schlüssel. Ich weiß nicht. Danke, Detective. Und guten Tag, gentlemen. Malia Geddy. She's about as far out of your reach as the moon. Probably on her way to meet some guy with a yacht right now. Near here? The lake's a popular place for country clubs. If she's out here a lot, maybe she saw something or heard something. Mmmh. Man, if nobody ever sees you, there's nothing. I told you. Besides, you just don't go around bothering people like her. We've about wrapped it up, sir. It's another clean sweep. Yeah, let's get the meat wagon moving, then. Do you want to leave an officer here, sir? Nah, just leave the tape up for a few days. Yes, sir. If you excuse us, sir, we'll take them away. Ah. Es geht so schnell, ey. Was ist denn das da für ein geketzelt? Das muss ich mir unbedingt noch mal ansehen. So, was haben wir denn da? Das schreiben wir doch mal auf. Kann man hier noch was sehen? Wartet mal. Ach. Was ist das? Da? Das Blut? Das Blut? Ja? Ist das da was? Ist das da was? Was ist das? Nimm mal die Pezette doch mal. Okay. 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 you crazy is. You crazy can't say. Joinnen the payment helps give you. You crazy can't say, You crazy can't say, you crazy can't say, no. I don't know, but I can't say, you crazy can't say, you crazy can't say me. Es ist noch irgendetwas? Kann man hier noch weiter gehen? Gabriel hat gabrile, 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 gabrile. Patches of grass have managed, patches, patches. Gabriel is on the sand and clay shore of Lake Pontchartrain. At the site, there's nothing worth. Gabriel doesn't need to use that on the clay. Gabriel can... Is that clay? Oh. Yuck. The sand doesn't work. Soll man, glaub ich, alles haben hier, wa? Oh. Ja, das war unser erster Tatort. Aber ich würde sagen, wir machen heute erst mal Feierabend. Ist ja jetzt schon doch recht spät geworden wieder. Morgen muss wieder früh raus. Ja. Auf jeden Fall wird's definitiv mit Gabriel Knight weitergehen. Ich liebe das Spiel. Gut. Also, ich bin für heute raus. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Rechtssonntag. Den Montagmorgen kriegen wir auch rum. Das ist kein Problem. Ja, für alle, die noch nicht haben und gehen möchten, lasst mir ruhig ein Follow da. Das würde mich super riesig freuen. Ansonsten, morgen wieder 19 Uhr, wie immer, ne? Ich bin weg für heute. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.